Von mir ist noch ein gutes neues Jahr von mir. Ihr seht mich eigentlich gerade alleine, wurden wegen den Nebengeräuschen hier und ja ihr seht neues Mikro habe ich ja Community Tab gemacht und ja übernachten heute hier. Ich habe einen Übernachtungsgast dazu möchte ich nichts weiter sagen. Ja deswegen und ja wollte ich sagen und ja und dass ich noch ein bisschen abend haben werde und ja das crazy smith werdet ihr dann auch im video noch hochladen und dann wird es dann im neuen Jahr dann losgehen wieder mit Videos. Also ich hatte total. Ihr seht ihr auch noch die neuen Spiele mit geholt habe. Die zeige ich euch kurz mal, bis ihr mal bezeit wisst. Was euch in Zukunft erwarten könnte. Also hier Sonic as Ultimate. Hier Platin One. Also 100% Platin geplant. Jump Force. Haben mich glaube ich gestern geholt. Und dann noch Star Wars Squadrons. Also Flugspiel. Tja das alles habe ich geholt. Obwohl bei Sam 4 Star. Ihr habt gehört, dass nächstes Jahr dann abgeschaltet wird. Genau was wir jetzt in die eingehen. Tja. Wollte ich euch nur zeigen was ich da zu Weihnachten bekommen habe. Also diese drei Spiele habe ich zu Weihnachten bekommen. Seht ihr es nochmal. Und ja. Wollt ihr euch nur bekannt kurz sagen. Und ansonsten tja. Wünscht euch ein. So gut ist Neues. Videos werden kommen. Also bei einem Diamant wird weitergehen. Die restlichen Spiele dann wird es auch noch weitergehen. Den neuen wird es dann Videos geben. Ich werde mein Mikrofon austesten. Oder obwohl ich habe. Doch ich glaube ich habe schon ausgetestet. Das Mikrofon. Also tja. Die sind ausgetestet. Und ja. Ansonsten. Ich habe dann noch bei der PS4. Sieht das echt schlecht. Aber mein PS4 aus. Also könnte ich leider nicht sehen. Er ist so, dass ich einen Speicher habe. Okay. Meine Füße. Ähm. Also mein Speicher kaputt ist. Und ja. Also der externe Speicher ist komplett kaputt. Ich kann das nicht ähm. Anschließen. Also der PS4 erkennt es nicht. Ich muss mir einen neuen holen. Kann dauern. Und ja. Wen kriege ich dieses Spiel da nicht rein. Wollt ihr euch nur besagt geben. Ich hoffe. Also ich freue mich aufs Jahr 2022. Mit neuen Projekten und neuen Live-Dienst. Wollt ihr euch nur sagen. Und ja. Wir werden jetzt einen wunderschönen Abend haben. Allein. Und dann wird es dann wunderschön werden. Und ja. Und das wird es auch noch 2022 geben. Tja. Wollt ihr euch nur sagen. Also. Ich hoffe. Das es euch gut gehen. Das wir einen guten Abend haben. Und wir sehen uns dann. Sehr bald wieder. Wir haben einen Livestream wieder. Wollt ihr euch nur bekannt geben. Also. Euer Koalitionsmitag nun. Tschüss.